so wieder oder naja bei den preisen überlegt mir das noch zehn habe ich da noch mal kommen das geht nicht viel bei dir so lalala lalala hoch hier ganz schlecht was ich hin oder nicht was trinken jetzt haben wir hier noch ein paar acht es nimmt kein ende ja ist ja gut so wir machen aber jetzt mal die mission mit panam weiter oder machen die mission die wir bekommen gekriegt haben und gehen mal ganz kurz hier pop 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 right under storm ist das das ja triff dich mit elisabeth perras können wir auch noch mal machen dann drucklos gemein zu viel berühr nach einem weg die tür zu öffnen ach delamain fool in der hill das machen wir ganz kurz mal das ist ja gleich erledigt eigentlich das ist ja ratzfatz fertig das büßen wir noch mal kurz hin es ist ja das ist ja ratzfatz hoffe ich zumindest das ist ja 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 das ja ja Mann, ist ja dunkel. So. Ich kann es immer noch nicht hacken. Das kann doch nicht wahr sein. Äh. Hä? Jetzt. Jetzt muss ich echt hacken-skillen, um das hier zu machen. Das ist doch bescheuert. Okay? So, wenn du hier in deine celery koch fást. Hm. ist schon das Ding im Büro ich weiß, aber ich muss ich echt hacken skillen, um das öffnen zu können finde ich schon irgendwie ein bisschen naja gut eingeben was soll ich machen das muss ich echt hacken skillen das ist doch bescheuert da wirst du quasi gezwungen was zu leveln, nur damit du eine Mission abschließen kannst weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist ich will doch nur, dass was aus dir hört du kannst dich ändern ja von wem denn sonst dann war das halt eben nix aber ich kann nochmal ganz kurz gucken vielleicht wenn der Laden das überhaupt noch hat seit dem neuen Update ist alles wieder so naja 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 wie viel rum zu stellen ist so jetzt ist das Hallo. So, la la la, la la la, immer wieder runter. Und er hat die Jacken geschnitten. Ja, halt die Schnauze und verkauf mir was. Natürlich hat er die Jacken nicht. Ach, warum gucke ich hier überhaupt noch? Seit dem letzten Update ist es einfach nur noch... Ja. Zeitverschwendung. Reine Zeitverschwendung. Naja. Okay. Brauche ich mir gar nicht mehr nachzupfen. Äh, gut. So, halt. Dann ab zu Panama, würde ich sagen. Ähm, achso, warte mal. Ich wollte noch gucken wegen der Hose, ne? Hm. Hm. Passt zu den Schuhen, ne? Naja. Boah. Lieber halten wir trotzdem, weil es ist eine Samurai-Dingshose, ne? Ich lass mal den Einzelort frei, vielleicht kriegen wir dann noch ein geileres Ding. Okay, dann wieder Journal. Das war ja nix. Wo denn da hin? Was ist das? Ach, die Tarotkarten. Hm. For the law? Ach so. Bill Jablonski. Ne. Triff dich mit Panam. Jawohl. Maravau. Maravau, 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 Maravau. Maravau, 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 Maravau. Reisen. Reisen und die Zeitgenossen schmeißen. Reisen und die Zeitgenossen schmeißen. Hä? Tarotkarten. Tarotkarten. Hi, ich komm grad von außerhalb. Hey. Na? B, gut, dass du hier bist. Wusste nicht, dass du dich mit den Aldecaldos vertragen hast. Gehen mir nach wie vor manchmal extrem auf die Tippen. Aber, weißt ja. Familie? Du sagst es. Was ist los? Sag schon. Die Wraiths haben Saul. Die Leihwürne ist mit einer zu kleinen Patrouille raus und jetzt verschwunden. Sicher, dass es die Wraiths waren? Wir überwachen ihr Lager. Wir wissen, dass sie Gefangene haben. Darunter auch jemand Wichtigen. Wir müssen Saul befreien. Weiß nicht wieso, aber... Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Wie? Immer, Panam. Du und ich, wir sind Schumbas. Dachte, das weißt du. Vorsicht. Sonst glaub ich dir noch. Dann wirst du mich nicht mehr los. Ich werd's überleben. Bei allem guten Willen hast du aber bestimmt nichts gegen eine kleine Belohnung. Das beste Gewehr der Westküste. Oh. Eine Tektroniker-Grad. Du hast sie schon in Naktion erlebt. Und obendrauf der Dank der Alde-Kallos. Hört sich schick an. Wenn du sie in der Hand hältst, wird aus schick ganz schnell arschgeil. Und jetzt komm mit. Mitch erklärt dir die Details. Gefällt mir. Ach. Ich hätt nicht mehr. Panam und wie? Was ist denn da los? Hä? Was hast du denn vom Problem? Ja, komm gleich. Ich muss nur Splitt aufsammeln. Entschuldigung. Lässt dich hier blicken nach der Sache mit Scorpion? Wegen Zoll wahrscheinlich. Ignorier das. Ey, Panam. Ernsthaft? Du willst das echt durchziehen? Irgendwer muss es tun. Du weißt, dass das durchgeknallt ist, oder? Irgendwer muss es tun. Irgendwer muss es tun. Da-da-da-da-da-da. Moment. Ich will mich chippen lassen. Gleich auf den Punkt. So mag ich's. Moment. Ich hab hier was Neues. Hehehe. Und zwar, die diese Seite um 40. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Oh. Egal. 40 sind trotzdem besser. Hehehe. gegen brennen machen wir ein ach so kostet 12.000 egal trotzdem rein was haben wir hier noch so ach so kann ich mich da noch so keine ahnung ja nie was ist hier erhöht schaden gegen drohnen mit dem roboter ja gut das mit teuer noch okay trotzdem gut dann tschüss wo steckt mitch er sollte mich hier treffen er müsste gleich hier sein du hast nichts von hilfe von außen gesagt wir brauchen jede hilfe die wir kriegen können lehnen die ans auto okay wie willst du das durchziehen still und leise ein offener angriff wäre selbstmord mitch kümmert sich schon um die drohne du schleichst dich ins reich lager ich denke still und leise zwei reichen da aus nicht dass ich was dagegen hätte den raffen 1 reinzuwirken es ist nur sie dich um die letzten angriffe haben die hälfte von uns ausgeschaltet unsere vorräte hängen irgendwo bei rino fest und die ausrüstung es trotz wir stecken bis zum hals in der scheiße wer weiß ob wir uns da je wieder allein rausziehen können er anführer wird geschnappt und ihr hofft auf das beste ich denke lieber nicht darüber nach was ihr für die schwachen unter euch tun würde doch ich habe eine drohne zum reich lager geschickt das der ansehen oder lieber noch weiter rum nörgeln mit wie geht's dir gut wenn man alle probleme mit panzerband lösen könnte aber du solltest dir um saul gedanken machen nicht um mich das kirste mal einen blick dann sehen wir mal was wir haben die raffen können sie nicht sehen tarnung ist aber das frisst massig akku also beeil dich wir haben sich in der zementfabrik breitgemacht mit einer menge ausrüstung die heuschrecken schwärm irgendwo ein fressen alles kahl und gehen wieder aber diesmal siehst du die wand die haben primitive sicherheitsverkehrungen getroffen das spricht dafür dass sie planen länger hier zu bleiben frage ist nur warum ich wette einer der gründe ist zoll versuch gleich schon mal zu markieren wenn ihr noch da ist wir müssen da rein der wachposten dort ist bestimmt mit dem rest des lagers verbunden dort gehen wir rein vielleicht aber es gibt auch lücken in der mauer und schlecht bewachte bereiche von die und Hmm. Ist du die Spohn? Moment, wir müssen noch kurz markieren. Oh. Reifenspuren. Ihre Fahrzeuge waren schwer beladen. Könnte Ausrüstung gewesen sein. Das oder Saul ist nicht ihr einziger Gefangener. Drei Spuren führen zum Laster. Kannst du ihn scannen? Sofort. Schauen wir mal, ob welche da sind. Da haben wir noch einen. Na. Markier den doch. Markieren. Frisch. Da drin haben sie bestimmt Saul festgehalten. Das Hauptgebäude. Da. Da müsste Saul drin sein. Ich kann die nicht mehr markieren. Frisch. Das ist riesig. Klingt wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wenn sie noch nicht alles aus den Wänden gerissen haben, könntest du das lokale Kameranetz hacken. Du musst nur den Kontrollraum finden. Uiuiui. Das gibt ja was. Die Brücke verbindet die Garage mit dem Hauptgebäude. Okay. Damit können wir arbeiten. Alles klar soweit? Fassen wir alles nochmal zusammen. Ach, na gut. Die Ruffen halten Saul fest. Er ist irgendwo in ihrem Stützpunkt gefangen. Wir sind die Kavallerie, die ihn hoffentlich rechtzeitig rettet. Du gehst rein und ich geb dir Deckung. Offener Kampf wirklich nur, wenn's gar nicht anders geht. Die sind viele. Wir nicht. Wir müssen jede Chance ergreifen, die Oberhand zu gewinnen. Du holst Soldat raus und dann hauen wir so schnell wie möglich ab. Ist jetzt alles klar? Alles klar. Holen wir Soldat raus. Perfekt. Mitch, ist der Ben bereit? Let's go. Hab getan, was ich konnte. Guck's dir an. Let's fucking go. Huch. Hä? Sauber Mitch. Naja, ich musste ziemlich improvisieren. Egal. Das wird reichen müssen. Moment noch. Ich hab da noch was. Falls Saul nicht schon tot ist, werdet ihr das hier brauchen. Aufgemotztes Superjet. Elefantendosis. Sollte seine Pumpe wieder auf Zack bringen. Das hoffe ich. Wird ihn kaum auf dem Rücken raustragen. Okay. Das sollte alles sein. B. Fährst du mit mir mit? Ja. Klar komm ich mit dir mit. Okay. Du fährst. Ich soll fahren? Ja. Ich muss noch an meinem Zielfernrohr basteln. Alles klar. Huch. Jetzt haben wir ein bisschen Hall drin. Hall. Jetzt haben wir richtig Hall hier drin. Ich hoffe das hört sich auf der Hand nicht so scheiße an. Wenn ja dann tut mir das leid. Aber wie gesagt. Ist halt momentan einfach so. Ist es halt jetzt momentan. Wunderschöne ein bisschen. Stimme. Ganz alter Wunderschöne. Ganz alter Wunderschöne. Bist du wieder. Wenn du will. Jetzt ist es halt im Kanzel. Oh cool. Wir haben sogar ein Radio. Ciao. Wir müssen jetzt überlegen. muss огром die kurven kein zweiter da den 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 2 2 die die der schmiert aber auf der straße naja ich fasse es nicht dass er sich hat schnappen lassen ob es doch selbst er ist nicht in top form aber zivilisten unter starkem beschuss über die grenze schaffen dann ein petrochem tanker klauen die ventile öffnen achten in den sand malen und alles anzünden um den kitzende schrug zu liefern das ist der soll den ich kenne jeder hatte seine idole schon klar aber aber was siehst du das ist ein richtig fetter sturm Oh, sieht übel aus. Der sieht nicht nur übel aus. Wir müssen uns beeilen. Jo, Alter. Okay, nochmal der Plan. Du schleichst dich still und leise ins Wraith-Lager. Wir müssen das Auto verstecken. Park neben dem Felsen. Oh. Hey. Nichts, der kommt. Okay, los. Let's go. Alles klar hier. Jo, passt schon. Da kriegen wir ja schon hin. Verlass dich schon mal auf. Ich muss nur mal ganz kurz auskundigen. Ist das ganze Markierte weg? Finde ich aber nicht gut jetzt. Jetzt müssen die alle neu markieren. Das gefällt mir aber gar nicht. Da steht ja auch noch einer. Jetzt kann ich mir nicht mehr so nah ranzoomen. Okay, wir machen das still und leise und heimlich und Aufmerksamkeit. Oh, shit. Oh, shit. Wo kommt denn hier rein? Da auf jeden Fall nicht. Doch auf der anderen Seite. Okay, erstmal checken. Da haben wir jemanden. Sonst sehe ich jetzt gerade keinen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da kommt jemand. Vielleicht mal markieren. So. Damit. Ach so. Wie sieht meine Tragekapazität aus? Oh ja, das landet. Ist da noch jemand? Das sind es jetzt keine. Okay. Aber ich sehe eine scheiß Kamera. Die wir gleich mal anschalten. Das ist kein Unsinn. Ja. Okay. Wir sind gut. Wir nehmen die Hecken. Wir nehmen die Hecken. Mh. Ach, Tür schließen ist das. Ich denk grad die ganze Zeit, ey was ist das denn hier? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020